Guten Tag, mein Name ist Oliver Dehmer. Ich bin Produktmanager bei Heidelberg und für die Stahlfolter Falzmaschinen zuständig. Unsere Falzmaschinen bieten Ihnen eine sehr hohe Produktivität. Doch Leistung wie diese benötigt einen Helfer, der hier jederzeit Schritt halten kann. Und zwar durchgängig, ohne dass es zu gesundheitlichen Problemen kommt. Denn an Falzmaschinen wie diesen werden pro Schicht bis zu sieben Tonnen Papier verarbeitet. Ein enormes Gewicht, das von der Auslage auf die Palette abgesetzt werden muss. Und zwar bei voller Maschinengeschwindigkeit alle zwölf Sekunden ein Paket. In unserem Fall übernimmt das der brandneue Stahlfolder P-Stacker, ein vollautomatisches Absetzsystem für die Falzmaschine. In Verbindung mit einer Stahlfolder Falzmaschine ergibt das ein unschlagbares Team. Doch auch für die Zusammenarbeit mit Falzmaschinen anderer Hersteller ist der Stahlfolder P-Stacker durchaus offen. Die Vorteile dieses hochproduktiven Systems liegen auf der Hand. Die Bedienperson ist entlastet und kann sich auf die wichtigen Dinge, wie beispielsweise Qualitätskontrollen, konzentrieren. Während die Falzmaschine weiterhin mit maximaler Maschinenleistung unterbrechungsfrei und durchgängig weiter produzieren kann. Das sind zwei große Pluspunkte für Sie. Erstens steigern Sie die Attraktivität des Arbeitsplatzes an der Falzmaschine und zweitens erhöhen Sie die Gesamtanlageneffektivität ganz unabhängig von menschlichen Faktoren. Aber gehen wir in die Details und schauen uns die einzigartigen Stärken des Stahlfolder P-Stacker Punkt für Punkt an. Am Zuführtisch kann der Bediener bequem Produkte für die Qualitätskontrolle entnehmen. Zudem werden hier Zweifachnutzen zuverlässig voneinander getrennt. Unmittelbar vor dem Absetzen werden die Pakete aufgerichtet und nochmals aufgestoßen. So können sie besonders eng und platzsparend gestapelt werden. Das Aufrichten des Pakets hat noch einen weiteren Vorteil. Es lässt sich von beiden Seiten greifen. Die erste Seite kann also wahlweise nach oben oder nach unten abgelegt werden. Ganz so, wie es für den nachgelagerten Produktionsschritt erforderlich ist. Das Greifen selbst erfolgt zuverlässig ohne Markierungen oder anderer Beschädigungen. Präzise ohne ein Verrutschen der Bogen wird Paket für Paket abgelegt. Und zwar mit minimalen Abständen, ermöglicht durch die diagonale Anordnung der Greifer. Das erleichtert das weitere Handling der Paletten. Durch ein Saugsystem am Greifer können automatisch Zwischenlagen zur Trennung eingelegt werden. Möglich sind dabei Grammaturen ab 135 Gramm. So ist eine Stapelhöhe bis zu 1,6 Meter möglich. Garantiert stabil und in gleichbleibender Qualität. Der Roboter ist das Herzstück des Pi-Stacker. Seine robuste Bauweise ist für die hohen Anforderungen eines industriellen Umfelds ausgelegt. Nur so sind eine hohe technische Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer der gesamten Anlage sichergestellt. Höchstleistung bei maximaler Maschinengeschwindigkeit. Das erfordert entsprechende Maßnahmen für die Sicherheit aller Prozessbeteiligten. Deshalb ist unser Pi-Stacker mit einem Zaun gesichert. Das schränkt Sie in Ihrer Flexibilität aber in keiner Weise ein. Im Gegenteil. In Verbindung mit der Umlenkstation CombiCurve CC41 können Sie problemlos alle Falzstationen Ihrer Falzmaschine einsetzen. Je nachdem, wie Sie sie gerade benötigen. Und zwar im Handumdrehen ohne Wegstellen der dritten Station, Umstellen der Auslage um 90 Grad, Umstellen des Roboters um 90 Grad und nur durch einfaches Verschieben der Auslage auf einer Schiene. Geben Sie das neue Jobformat ganz einfach am Touchpad ein. Nun noch Absetzmuster definieren und die Palettengröße festlegen. Und schon ist der Pi-Stacker bereit für den neuen Auftrag. Absetzmuster und Palettengrößen sind übrigens jederzeit per Remote nachrüstbar. Apropos Remote Service. Auch bei technischen Störungen kann die Fehleranalyse und oft auch gleich die Behebung des Problems schnell und einfach per Formzugriff erfolgen. So geht möglichst wenig wertvolle Produktionszeit für Sie verloren. Für die Wertschöpfung im gesamten Prozess kommt es auf jeden Mitspieler an. Es zählt also nicht nur Drucken und Falzen. Der Stahlfolter Pi-Stacker integriert sich als wichtiger Leistungsbaustein und trägt entscheidend zu Ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei. Mit ihm machen wir den nächsten wichtigen Schritt in Richtung autonome Produktion und bedienerunabhängige Maschinenleistung und stellen eine möglichst hohe Kapazitätsauslastung sicher. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in einer solch kostengetriebenen Branche.